FALTER-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. FALTER-Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen im FALTER-Radio. Noch ist vieles unklar rund um die Attentatspläne, die ein österreichischer Dschihadist gegen die Konzerte des Popstars Taylor Swift geheckt hat. Die Polizei sagt, bei dem Verdächtigen, dem potenziellen Attentäter, wurde umfangreiches Material gefunden zum Bomben bauen. Der Mann soll vorgehabt haben, sich beim Konzert unter die Fans zu mischen und in die Luft zu sprengen. Der Verteidiger bestreitet diese Darstellung der Polizei und sagt, ein Geständnis habe der 19-Jährige zurückgezogen. Klar ist eines, die Warnungen sind von ausländischen Nachrichtendiensten gekommen, die Chaträume von Dschihadisten im Internet überwachen. Die ÖVP möchte jetzt, dass eine solche Überwachung von Messenger-Diensten auch in Österreich möglich wird. Eine Debatte pro und contra stärkere Handyüberwachung hat wenige Wochen vor der Nationalratswahl eingesetzt. Ich begrüße dazu die Strafrechtsexpertin Ingeborg Zerbes. Guten Tag. Guten Tag. Frau Dr. Zerbes ist Vorsitzende der Geheimdienstkommission. Das ist ein Expertengremium, das die Dienste überwachen soll, die die Terroristen überwachen, um das salopp zu formulieren. Worin besteht der Bezug zur Debatte über die Handyüberwachung und damit wir es verstehen, was tut genau diese Kommission? Also diese Kommission, die wurde eingerichtet im Jahr 2023 erst, aber geplant, wurde sie ausgelöst durch den Terroranschlag 2020, der in Wien stattgefunden hat. Man hat in das damals schon fast fertige Gesetz über die Neuaufstellung unseres Nachrichtendienst, unseres Verfassungsschutzes, dann schnell noch eben unter den Eindrücken dieses Terroranschlages und aller Fehlverläufe, die man nachträglich festgestellt hat, die in der Polizeiarbeit zu verzeichnen war, hat man eine solche Kontrollkommission eben noch ins Gesetz eingefügt. Warum? Damit eben die Effizienz des Geheimdienstes, das rechtmäßige Arbeiten, dieses Geheimdienst, sage ich immer, Verfassungsschutz heißt eigentlich, das gesetzlich richtige Ausdruck, diese Arbeit begleitend zu überprüfen, um solche Fehler, kann man natürlich nicht vermeiden, so wie sie waren vor dem Terroranschlag 2020, aber doch, um solchen Fehlern noch einmal besser vorbeugen zu können. Wie ist denn dieser Bezug zu diesem Thema Handyüberwachung? Worin besteht der? Naja, also diese Messengerüberwachung, so wie sie jetzt geplant ist, soll eine Kompetenz des Verfassungsschutzes werden, also genau dieser Organisationseinheit, die wir, also diese Kommission überwacht. Und damit ist der Bezug natürlich hergestellt, wenn der Ermittlungskompetenzenapparat, der Befugnisapparat dieser Organisationseinheit Verfassungsschutz erweitert werden soll, ist das natürlich auch ein Thema der Kommission, die diese Arbeit dieses Verfassungsschutzes überwacht. Deswegen ist es thematisch natürlich auch von unserem Interesse, also von unserem im Sinn der Kommission. Es ist ein Thema, das breit politisch diskutiert wird. Ich freue mich sehr, dass der Vorsitzende der sozialistischen Jugend, Paul Stich, ins Podcaststudio gekommen ist. Hallo. Guten Tag, danke für die Einladung. Paul Stich, es sind ja ganz besonders junge Leute, die am Handy diese Messenger-Dienste wie Signal oder WhatsApp verwenden, die in Österreich bisher nicht abgehört werden konnten. Was schreckt die meisten jungen Leute nach ihrer Beobachtung mehr, zusätzliche Überwachung oder doch dschihadistische Bedrohung? Ich glaube, beides schreckt sie zu einem gewissen Grad. Und wir haben ja auch ganz besonders in den letzten Wochen oder in der letzten Woche gesehen, welche Wellen diese Absagen der Taylor Swift-Konzerte gerade besonders auch unter ganz vielen jungen Leuten ausgelöst hat. Und die Aufgabe, vor der wir jetzt alle kollektiv stehen, ist dieses Verhältnis zwischen Sicherheit auf der einen Seite, aber auch individueller Sicherheit der eigenen Daten zu einem gewissen Grad auszubalancieren. Wir sehen das ganz besonders, dass für ganz viele junge Leute das Handy und auch diese verschlüsselten Dienste oft der letzte Rest an wahrgenommener Privatsphäre auch sind. In einer Gesellschaft, die sich zunehmend in die öffentliche Sphäre verlagert, wo Social-Media-Plattformen eine ganz große Rolle spielen, wo jeder Winkel des persönlichen Lebens auch ausgeleuchtet wird. Und dementsprechend ist, glaube ich, aus politischer Sicht ganz klar zu sagen, dass ein Mehr an möglicher Überwachung und ein Mehr an möglicher Sicherheit vor terroristischen Anschlägen auf gar keinen Fall dazuführen darf, dass junge Leute das Gefühl haben, sie stängen wie Nockerpatzeln vor der staatlichen Behörde da. Das würde mehr Probleme schaffen, als es löst. Ich freue mich, dass Falter-Politikchefin Eva Konzent mit dabei ist. Hallo. Hallo. Eva, der Vorstoß für ein neues Gesetz, dass es der Polizei, der konkret dem Verfassungsschutz möglich machen soll, diese Messenger-Dienste auf den Handys zu überwachen, kommt ganz massiv von der ÖVP, von Innenminister Karner. Wie groß wäre dieser Schritt, etwas zu tun, das bisher nicht möglich war? Wie bedeutsam ist dieser Schritt? Wir müssen da ein paar Dinge einmal auseinanderdröseln und auch auseinanderhalten. Die Überwachung von Telegram-Gruppen zum Beispiel hat wenig mit einer Messenger-Überwachung, so wie die ÖVP das jetzt immer framet. Im Grunde geht es hier um einen Staatstrojaner zu tun. Das sind zwei verschiedene Dinge. Aber wir stehen vor einem Dilemma. Auf der einen Seite gibt es innerhalb der Bevölkerung das legitime Unbehagen darüber, dass Terroristen auf eine Kommunikation zurückgreifen können, die mit den analogen Ermittlungsmethoden, also mit Telefonüberwachung, mit Beschatten etc. eben nicht überwacht werden können. Die gehen, they are going dark, so hat das FBI ja mal genannt. Und auf der anderen Seite dieses Problem haben wir aber auch, gibt es eben bislang oder wahrscheinlich nie keine technischen Möglichkeiten, die Überwachung am Handy, also am Mobiltelefon so zu gestalten, dass sie nicht überbordend ist und indirekt die Gefahr für uns alle erhöht. Und der Herr Stich hat es schon angemerkt. Das Mobiltelefon ist ja heutzutage viel mehr als jetzt nur eine technische Möglichkeit zu kommunizieren. Das ist unsere Art Zweitexistenz im Internet oder unsere digitale Zweitexistenz. Drittens, die Sicherheit für uns alle wird in dem Fall dann eben nicht gestärkt, sondern eher verwässert, wenn, um an diese Handys ranzukommen, Sicherheitslücken installiert werden müssen. Darüber sprechen wir gleich noch einmal. Und drittens, und da wird es jetzt politisch, die ÖVP, die Volkspartei, die will solche Instrumente schon sehr lange. Wir kennen das noch aus den Diskussionen über die Vorratsdatenspeicherung. Da steht die Idee einer solchen Überwachung schon im Regierungsprogramm von Anfang 2020 drin. Da war der Terroranschlag in Wien noch nicht passiert und die ganzen vereitelten Anschläge danach auch nicht. Und man spielt ein bisschen mit falschen Argumenten meiner Meinung nach, weil das, was der Innenminister Gerhard Karner zum Beispiel immer sagt, nämlich, dass ein solcher Bundestrojaner eine Messengerüberwachung eben Österreich unabhängig machen würde vom Informationsfluss ausländischer Dienste, das ist eben eine Illusion. Die NSA, die CIA in den USA, die haben ganz andere gesetzliche Möglichkeiten. Vor allem haben die auch das Know-how, Überwachung zu machen. Wir werden von diesen Diensten nicht unabhängig werden. Ich habe nur eine Zahl rausgesucht. Die NSA alleine hat 40.000 Mitarbeiter, die österreichische Polizei insgesamt hat 32.000. Also da müsste dann jeder Streifenbeamte in den Verfassungsdienst. Daran erkennt man, wie illusorisch oder wie falsch dieses Argument letztlich ist. Ewa, wie würde das konkret ablaufen, dass wir uns das vorstellen können? Bei einem Verdachtsfall, wie kommt die Staatspolizei, der Verfassende, die Verfassungsschützer, wie kommen die dann in eine App wie WhatsApp, Signal oder Telegram, die wir viele andere, wie viele andere auch auf unseren Händen haben? Naja, also das Problem oder das Pudelskern ist die sogenannte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung oder End-to-End Encryption, das bedeutet, dass auf dem Weg zwischen zwei Geräten die Inhalte nicht entschlüsselt werden können. Also der Schlüssel ist nur bei dem Gerät, das verschickt und bei dem Gerät, das empfängt. Das heißt, die Ermittler müssen, wenn sie diese Nachrichten lesen oder dechiffrieren wollen, dann müssen sie irgendwie in dieses Gerät hinein. Ja, und jetzt haben sie zwei Möglichkeiten. Entweder sie machen es physisch. Das ist ein bisschen schwierig, weil das heißt, ich müsste einem Tatverdächtigen oder einer Tatverdächtigen das Handy abnehmen und dann die SPA-Software raufspielen. Kann man sich jetzt vorstellen, dass das in der Praxis sehr schwierig sein wird. Oder ich mache es eben über eine Sicherheitslücke, die in dem System, im Betriebssystem des Mobiltelefons drinnen ist. Und diese Sicherheitslücke ermöglicht mir den Zugang. Das ist dann so eine Art wie ein offenes Fenster. Und darüber steigen dann die Ermittler in das Mobiltelefon ein und können dann auch die entschlüsselten Nachrichten dort mitlesen. Frage Nummer eins ist, wie soll es technisch gewährleistet werden, dass dann diese Software, diese SPA, dieser Trojaner tatsächlich nur meine Nachrichten liest und nicht auch meine Bilder anschaut, mein Kontaktbuch, mein Telefonbuch durchforstet, meinen Terminkalender anschaut, also quasi meine Zweitexistenz, meine digitale durchleuchtet. Und technisch, sagen mir alle, ist das unmöglich bis jetzt. Und zweitens die Frage, wie kommt diese Sicherheitslücke überhaupt ins Betriebssystem? Die müsste entweder vorab willentlich von den Betreibern eingebaut werden oder sie müsste, sofern sie entdeckt wird, von den Sicherheitsbehörden ausgenutzt werden. Die würden da natürlich nie irgendjemand anderem sagen, dass es diese Sicherheitslücke gibt. Sie würden sie aber auch nicht schließen. Das heißt, sie wäre weiterhin da, sie würde nicht geschlossen werden. Und das ist dann das Sicherheitsrisiko für uns alle anderen auch. Weil diese Lücken können natürlich auch andere kundige ITler, sage ich jetzt einmal, verwenden. Von weniger demokratischen Staaten angefangen bis hin zu organisierter Kriminalität und Ähnlichem. Der Verfassungsgerichtshof hat sich ja 2019 schon damit befasst. Da wird die Frau Zerbes sicher noch viel mehr und kundiger darüber Auskunft geben können. Damals ist der Bundestrojaner deswegen nicht gekommen. Ich möchte aber, und ich glaube, diese Zahl ist auch wichtig für diese Diskussion, eine noch einbringen. Und zwar in Deutschland, wo der Bundestrojanerjahr erlaubt ist, wurden 2022, und das sind die jüngsten Daten, die man öffentlich abrufen kann, wurde dieser 49 Mal eingesetzt. Und die große Online-Durchsuchung, also die wirklich alles auslesen darf, was man auf einem Gerät findet, die wurde weniger als zehn Mal eingesetzt. Also auch das finde ich wichtige Zahlen für diese Diskussion, gerade wenn man in Richtung des Vorwurfs der Massenüberwachung geht. Frau Zerbes, diese Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs, den Bundestrojanern nicht zuzulassen vor vier Jahren. Was war der Grund damals? Warum und was hat sich heute gegenüber damals verändert? Also, es war, muss man vielleicht gleich vorausschicken, es war damals eine strafprozessrechtliche Rechtsgrundlage. Also die Aufklärung einer strafbaren Handlung im Nachhinein. Wir sprechen ja jetzt anlässlich des Falles, von dem ich übrigens dann weg will. Der Fall, ich finde es nicht so klug, immer an Fällen eine Norm oder den Normenbedarf an einem Einzelfall abzuchecken. Aber damals Verfassungsgerichtshof, das war eine strafprozessuale Grundlage, also eine Grundlage zur Aufklärung rückblickend. Das muss man auseinanderhalten von der Polizeiarbeit, über die wir jetzt primär sprechen. Das ist einmal ein Punkt. Was hat dem VfGH gefehlt? Dem VfGH hat eine bestimmte Schwere der Anlasstat gefehlt. Also die Anlasstatschwelle oder der Anlass, der sein darf, der Verdachtsanlass, der so eine Überwachung hätte auslösen dürfen, war ihm zu breit. Er hat gesagt, das nur ab einem noch einmal höheren Schweregrad des Verdachts. Man könnte natürlich dann auf das hin die Anlasstaten oder den Katalog der Taten, die Anlass geben könnten, entsprechend auf besonders schwerwiegende Strafen festlegen und nur Straftaten gegen Leib und Leben etc. Also das ließe sich anhand des Verfassungsgerichtshofs machen. Das war das eine. Und das zweite, der VfGH hat in Verbindung damit auch beanstandet, dass diese Software zu breit ist und sich nicht zuspitzen lässt. Inzwischen habe ich aus Deutschland zumindest Informationen darüber, dass es Software bereits gibt. Ich sage das allerdings jetzt nur nach, aus meinen Informationen, die ich aus dem deutschen Nachrichtendienst habe, dass es eine bereits zuspitzbare Software gibt. So, lassen wir das mal kurz so stehen. Wenn es eine solche Software gibt, dann denke ich mir, kann man sie beschaffen und muss sie entsprechend zuspitzen, dass es nicht ein Bundestrojaner ist, der sozusagen das ganze Handy ausliest, sondern sich zuschneiden lässt auf diese Messenger-Dienste. Punkt eins. Mir wurde allerdings von IT-Spezialisten, auch manche sagen das eine, manche sagen das andere, entgegengehalten, eine solche spezifische Software gäbe es nicht. Okay, lassen wir das so stehen. Man müsste es gesetzlich nur regeln. Man müsste sagen, einsetzbar ist eine Software, die entsprechend zuschneidbar ist. Dann ist diese Maßnahme erst einsetzbar, wenn es eine solche Software gibt. Das wäre meine Lösung als Juristin. Ich kann jetzt nicht über IT-Experten, die das Gegenteil hinweg sagen, es gibt aber so eine Software, ich habe sie noch nicht gesehen. Ich wurde nur von anderen IT-Experten, so wie vom Bundesnachrichtendienst darüber informiert, dass eine solche spezifisch auf Messerdienste zuschneidbare Software existiert. Gesetzlich kann man es vorsehen, dass nur eine solche zulässig ist. Das würde ich mal sagen, man kann den Anlasstatenkatalog oder den Katalog des Verdachtsanfalls entsprechend zuschneiden, dass sich eben nicht jeder Jugendliche wie ein Nackerbatzel fühlt, wie jetzt schon erwähnt worden ist, sondern eben wirklich versuchen, ganz eine enge Betroffenengruppe zu schaffen. Und diese Zahl aus Deutschland, die ist sehr interessant und wichtig. 49 Mal eine solche Messerdienstdienstüberwachung aus 2022. Das zeigt mir, also ich hoffe, dass da jetzt diese 49 Fälle nicht völlig die falschen und unverdächtige waren. Aber das zeigt mir, dass man sehr wohl in Deutschland jedenfalls sehr sorgsam umgeht damit. Und nicht bei jedem Ladendiebstahl Verdacht anfängt zu ermitteln. Sondern, dass sozusagen eine ganz ausgesuchte Betroffenengruppe gesetzlich vorgesehen werden muss. Für ganz wichtig halte ich die richterliche Kontrolle. Und zwar vorab die Zulässigkeit eines solchen Eingriffs, wenn sozusagen die Polizei plant. Das ist sowieso verfassungsrechtlich vorgesehen. Also um den sogenannten Richtervorbehalt kommen wir gar nicht herum. Eine begleitende Kontrolle durch den sogenannten Rechtsschutzbeauftragten. Und dann noch sozusagen, das hat nichts mit Einzelfällen zu tun, aber eine allgemeine Anwendungskontrolle. Auch noch durch diese unabhängige Kontrollkommission, deren Mitglied ich bin. Also eine dreifache Kontrolle durch unabhängige Instanzen. Und zwar sowohl vorab, als auch begleitend, als auch nachträglich halte ich für unentbehrlich und machbar. Und gesetzlich entsprechend vorsehbar. Paul Stich, sind das Kontrollmechanismen, richterliche Kontrolle? Sind das Ebenen, die es dann sicherstellen können aus Ihrer Sicht? Naja, das geht in eine richtige Richtung und doch nicht in die Richtung allgemeiner Überwachung, was die Frau Dr. Zerbe sehr vorschlägt. Der Umgang mit all diesen Verdachtsmomenten ist, denke ich, der entscheidende. Und das ist vor allem auch der politische Umgang, wie geht man damit um. Und wir haben jetzt gesehen, dass auch, ich finde die deutschen Zahlen an sich sehr spannend. Und die zeigen auch, dass wenn rechtsstaatliche Mechanismen funktionieren, dass natürlich sich auch Terrorabwehr im 21. Jahrhundert einfinden muss. Und sich an die technischen Möglichkeiten und auch an die Art, wie potenzielle Terroristinnen miteinander kommunizieren, hier entsprechend anpassen muss. Aus meiner Sicht sind politisch zwei Dinge sehr relevant. Auf der einen Seite die von der Frau Dr. Zerbes ausgeführten demokratischen Kontrollmechanismen, die ich für sehr wichtig erachte. Und auf der anderen Seite aber trotzdem, und das technische Problem werden wir in dieser Runde wahrscheinlich nicht lösen, die Zielgerichtetheit der entsprechenden Software, die eine Lücke aufmacht. Weil das ist ja vor allem auch, glaube ich, die Debatte, die man führen muss in Bezug auf das Missbrauchspotenzial. Und da rede ich jetzt gar nicht nur von der individuellen Freiheit und dem Recht auf Privatsphäre, das jede Person hat und das für ganz viele junge Leute, und das habe ich schon erwähnt zuvor, ein sehr elementarer Baustein ist, sondern auch in der Frage, wer kann denn noch durch diese Lücke durchdringen. Und ich glaube, das ist ja auch eine Diskussion in der kollektiven Sicherheit, die man da ganz stark führen muss. Und ich will vielleicht nur ein Beispiel hier auch einbringen. Es gibt innerhalb der Europäischen Union ein Land, das als IT-Vorreiter gilt, nämlich Estland, die ganz viele Prozesse digitalisiert haben, die in Bezug auf auch die Cybersicherheit wahrscheinlich europäischer Vorreiter sind. Und der ehemalige estlische Präsident Thomas-Henrik-Ilwes beispielsweise hat dem Standort vor einigen Wochen im Rahmen einer Tagung ein sehr spannendes Interview gegeben, wo er zum Beispiel ganz stark davor warnt, diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aufzulösen. Aus einem ganz spezifischen Grund, weil es geopolitische Verwundbarkeiten aufmacht. Also er lässt sich zitieren mit, wer die Verschlüsselung aufgibt, gibt Wladimir Putin den Schlüssel zum Königreich. Also ich denke, dass auch dieser Aspekt einerseits der individuellen Privatsphäre, das muss man diskutieren. Man muss diskutieren den innenpolitischen Missbrauch, weil das natürlich ein Schritt wäre, der sehr groß ist und der auch möglichen nächsten Regierungen, die vielleicht nicht ganz so sorgsam mit dem Datenschutz umgehen, große Möglichkeiten gibt, ohne dass sie selber gesetzliche Grundlagen dafür schaffen müsste. Also wir haben eine Partei, die aktuell in Umfragen nicht ganz so schlecht dasteht, deren Parteichef politische Gegner auf Fahndungslisten schreiben möchte, mit der FPÖ-Chef Herbert Kickl. Ich bin ehrlicherweise sehr froh, dass wir in einem Land leben, in dem diese Fahndungslisten nicht da sind. Wir sehen aber sehr stark, dass in autoritären Systemen, in Diktaturen, besonders auch für die politische Opposition, so eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, ein ganz ein zentraler Baustein ist, um überhaupt etwas hier dagegen tun zu können, ohne jetzt für die politische Situation in Österreich hier in irgendeiner vom Schwarzmahl zu wollen, aber nur, dass man das im Hintergrund immer mitbedenkt. Und auf dritter Ebene, quasi auch im geopolitischen Spiel, die Frage, wer, Klammer auf, ausländische Geheimdienste, Klammer auf, Staaten, die hier nichts Gutes im Schilde führen, kann denn noch alle durch diese Sicherheitslücken durch? Und wenn hier der ehemalige Präsident eines Landes, das in diesem Bereich als Vorreiter gilt, eindringlich davor warnt, sollte man auch das meiner Meinung nach in dieser Diskussion sehr ernst nehmen. Wenn ich da nur ganz kurz einen Satz anschließen kann. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist ja nicht, worüber wir im Moment diskutieren, sondern es geht ja darum, wie, die schafft ja unter Anführungszeichen das Problem, dass dann am Mobiltelefon eingestiegen werden muss und dort dann ausgelesen werden muss, die Informationen dort gefunden werden müssen. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht in die Fiktion einer Diskussion einsteigen, so hat das der Universitätsprofessor Nikolaus Forgo genannt, nämlich, dass wir über etwas diskutieren, als ob es es gäbe. Und es gibt keine technischen Möglichkeiten, wie ich eine Späßsoftware auf ein Mobiltelefon spiele, die dann dort nicht alles auslesen kann. Und wenn wir jetzt sagen, ein Gesetz sollte das dann verhindern, dann müssen wir trotzdem noch im Hinterkopf behalten, woher dann auch die Ermittlungsbehörden diese Späßsoftware bekommen. Das ist ja nicht alles Homemade-Verfassungsschutz. Selbst die deutschen Behörden geben zu, dass sie das Ganze von privaten Anbietern kaufen. Die privaten Anbieter, die geben gar nicht preis, wie ihre Software überhaupt funktioniert. Die liefern einfach nur die Ergebnisse. Also wir müssen da aufpassen, dass wir nicht in eine Diskussion kommen, die eigentlich nicht auf den Boden zu bringen ist, gerade weil jetzt Parteien wie die ÖVP in Person des Bundeskanzlers Karnehammer diese Messenger-Überwachung diesen Staatstrojaner zur Koalitionsbedingung gemacht hat für mögliche Zusammenarbeiten nach den Nationalratswahlen im Herbst. Frau Dr. Zerbes, die große Frage ist ja eigentlich, die Sorge ist ja eigentlich, dass aus Terrorabwehr in Wirklichkeit ein großer Schritt in Richtung Big Brother gemacht wird. Diese Sorge ist ja groß. Ja, natürlich ist die groß. Also die ist ganz klar und ganz groß. Und das, was also zuerst gesagt worden ist, das Ausnutzen von Sicherheitslücken durch autoritäre Staaten, also das ist ja jetzt nicht das Thema. Ich denke mir, wenn wir sozusagen uns oder wenn sich unser Gesetzgeber entscheidet, derartige Überwachungsmethoden einzuführen. Also Putin hat das längst. Ja, also ich denke mir nicht, dass wir sozusagen, also ich bin mir sogar sicher, dass wir durch eine Befugnisschaffung bei unseren Strafverfolgungs- und Verfassungsschutzbehörden Putin ein neues Mittel in die Hand geben. Ich finde, diese Diskussionen sollten wir ganz streng trennen. Ganz, ganz streng. Wir geben auch keine End-zu-End-Verschlüsselung auf. Das können wir ja gar nicht. Wir können ja diese Technik nicht, das steht auch gar nicht im Raum, diese Technik zu verbieten. Es ist die Frage, können wir sie überwachen? Und natürlich, Missbrauch von Befugnissen ist immer möglich. Und ein unredlicher Innenminister, ein unredlicher Justizminister oder Ministerin, die diese Dinge missbrauchen, die würden sie auch ohne gesetzliche Grundlage missbrauchen. Und die gesetzliche Grundlage würde ja gerade versuchen, den Missbrauch zu verbieten. Also sprechen wir doch bitte über die gesetzlichen Grundlagen. Missbrauchspotenzial ist da und es ist auch Potenzial da, ohne überhaupt eine gesetzliche Grundlage zu haben. Also Fahndungslisten der politischen Gegner kann man errichten, ohne gesetzliche Grundlage einer Messenger-Überwachung. Wichtig ist natürlich, wenn diese Software zu breit ist, wie er im Raum steht. Und ich ehrlich gesagt meine, die Informationen, die ich von IT-Lern habe, sind unterschiedlich über diese Software. Dann müssen wir ganz, ganz streng sein im Rahmen von Verwertung dieser Überwachung, wenn sie zu breit ist, auszuscheiden, die Dinge, die wir nicht überwachen dürften. Ich denke mir mittlerweile, so kritisch ich jede Gefahr von Big Brother und jedes Verkleiden des Staates sehe, sozusagen Staat, der nicht offen auftritt. Es ist mittlerweile wirklich so, dass sich dieser geheime und schwierig überwachbare Bereich, der Bereich ist, auf dem sich schwerwiegende Gefahren entwickeln. Und völlig die Überwachung hier auszuschließen, ist bedenklich. Man sollte mit aller Vorsicht eine gesetzliche Regelung versuchen zu konstruieren. Wie wird denn, Frau Dr. Service, die Sache in anderen EU-Staaten praktiziert, auch in den USA? Was wir hören, ist der Einsatz von Pegasus, einer aus Israel kommenden Software, die Handys transportiert wird und dann das ganze Handy abhört. Da werden Journalisten abgehört. In Griechenland hat es solche Fälle gegeben, auch in anderen Staaten. Also das Gefühl, dass es hier um einen Schritt in Richtung allgemeiner Überwachungsmöglichkeiten geht, ist sehr, sehr groß. Wie handeln das andere Staaten in der EU? Also ehrlich gesagt, die anderen Staaten, die EU oder auch, ich nehme jetzt die Schweiz, dort kenne ich mich ganz gut aus. Nehmen wir Europa, die gehen relativ weit. Also in dem, was der Nachrichtendienst darf, gehen diese Staaten relativ weit. Wo die Software eingekauft wird, natürlich ist das ein Problem. Also das gestehe ich schon zu, dass private Firmen diese Software verkaufen und dass diese Firmen nur sehr beschränkt überprüfbar sind in der Art, wie sie arbeiten. Ja, ich sehe das auch als Problem. Und da habe ich jetzt keine Lösung parat. Also alles, worüber wir sprechen, sind natürlich Abwägungsfragen. Und in die Abwägungsschale hineinzuwerfen, ist, denke ich, schon die Gefahr, in der wir uns mittlerweile befinden und vielleicht noch eins zur Abhängigkeit von Geheimdiensten. Also Geheimdienste sind mittlerweile oder Nachrichtendienste, Verfassungsschutzbehörden, wie man sie nennt, sind mittlerweile alle voneinander abhängig. In einer globalisierten Welt ist es so. Man kann nicht sagen, wir sind dann auf einmal unabhängig. Aber spezifisch in Österreich tätige Täter stehen nicht immer am Schirm der anderen Nachrichtendienste. Und deswegen ist eine gewisse Eigenständigkeit, was Überwachung betrifft, wahrscheinlich schon angebracht. Und jetzt noch einmal übrigens zur Überwachung generell. Wir dürfen, seit es Telefone gibt und seit es E-Mails gibt und seit es SMS gibt, war es ohne größere politische Diskussion möglich, eine Überwachung einzuführen. Bei dieser Überwachung vom normalen Telefongespräch, von der normalen E-Mail, missbrauche ich letzten Endes oder dringe in das Vertrauen ein, dass der Nutzer gegenüber seinem Kommunikationsdiensteanbieter hat. Ja, Mangenta, A1 und so weiter. Denen vertraue ich meine E-Mail an. Und wenn mich der Staat überwachen würde in den E-Mails, würde es sich von diesen Magenta, A1 und so weiter Kommunikationsdienstenanbieter meine E-Mail herausgeben lassen. Das ist ja auch eigentlich ganz schön heftiger Vertrauensmissbrauch, könnte man sagen. Oder ein Eindringen ins Vertrauen. So wahnsinnig viel mehr oder so viel größer ist der Schritt der Messenger-Überwachung jetzt nicht. Er ist größer, das stimmt. Ja, er ist sicher größer. Weil man ja Software auf ein privates Gerät spielen muss. Aber es ist nichts gänzlich Neues. Also Überwachung von Telekommunikation, das ist ein Mittel, das haben wir seit den 60er Jahren in unserem Geschäft. Eva, Konzett, es ist Wahlkampf. Wir haben es schon gesagt, die ÖVP pusht dieses Thema sehr stark und sagt, alle anderen Parteien von den Grünen bis zur FPÖ sind eine Einheitspartei. Diese Wortwahl ist ja ziemlich eigenartig, weil die anderen Parteien diese ÖVP-Forderung nach besserer Überwachung und auch Überwachung der Messenger-Dienste ablehnen. Wie ist diese Ablehnung wirklich, wie einheitlich ist diese Ablehnung wirklich und in welche Richtung geht die Dynamik dieser Diskussion im Augenblick? Bleibt abzuwarten. Für die SPÖ lasse ich dann den Baulstich sprechen. Die FPÖ ist sich da nicht ganz sicher, wie gut sie das findet mit dieser Überwachung, je nachdem, ob sie das Innenministerium hat oder nicht. Als da noch ein FPÖ-Innenminister saß, da fand man das dann doch sehr gut. Und die Grünen tun sich natürlich schwer, weil das eines ihrer Kernthemen betrifft, Bürgerrechte, Schutz vor dem Staat etc. Die haben jetzt zumindest zugestimmt, dass ein Gesetzesentwurf für diese, wir nennen es immer Messenger-Überwachung, aber ich sage trotzdem für diesen Trojaner, dass das in Begutachtung geht. Aber sie haben klar gesagt, dass das quasi keine Zustimmung sei, sondern dass man jetzt darüber diskutieren solle. Die Neos sprechen von Wahlkampf, einem Aufbauschen durch den Wahlkampf. Und ich möchte noch eine Sache sagen, weil wir jetzt, und da gebe ich der Frau Zerbes vollkommen recht, wir diskutieren einen sehr, sehr starken und demokratiepolitisch zumindest kontroversiellen Eingriff in aller unserer Privatsphäre anhand eines vereitelten, mutmaßlich vereitelten Terroranschlags, wo eine solche Messenger-Überwachung oder Trojaner nichts gebracht hätte. Wer sich heute, es ist der 19. August, das Morgensjournal auf Ö1 mit dem Innenminister Gerhard Karner angehört hat, dann kann man miterleben, wie der Minister sich zehn Minuten lang um die Frage windet, was denn ein solcher Eingriff, ein solches neues Gesetz anders gemacht hätte in der Aufklärung dieses mutmaßlichen Verbrechens. Denn auch die ausländischen Dienste die Information offenbar mit dem österreichischen Verfassungsschutz geteilt haben über diesen radikalisierten Täter und seine mutmaßlichen Pläne, die haben das wahrscheinlich aus öffentlichen bzw. halböffentlichen Kanälen herausgenommen, nämlich aus Instagram und Telegram. Also wir müssen da echt aufpassen, dass wir nicht viel zu überbordende Maßnahmen anhand völlig falscher Dinge diskutieren. Also der CIA hat das Handy des Ternitzer potenziellen Attentäters nicht geknackt, sondern hat dessen Diskussionen offenbar im Internet verfolgt und beobachtet. Paul Stich, wie läuft die Debatte in der SPÖ? Der Wiener Bürgermeister sagt ja zum Beispiel, so eine Art Mini-Trojaner, das kann er sich durchaus vorstellen, argumentiert so ähnlich wie die Frau Dr. Zerbes. Ja, ich denke in der gesamten Bewegung hängt sehr viel von den konkreten Umständen ab und ich glaube ganz besonders in einer Debatte von derartiger auch persönlicher Bedeutung für jeden Einzelnen von uns ist es wichtig, die ohne parteipolitisches Geplänkel zu tun, um da jetzt nichts aufzubauschen und ich finde auch tatsächlich den Diskursrahmen hier sehr angenehm, um diese Argumente auch einmal austauschen zu können, weil, wie die Frau Dr. Zerbes finde ich sehr richtig sagt, es ist ein ständiger Abwägungsrahmen, in dem wir uns hier bewegen, wo wir ganz viele Argumente mit eintauschen wollen und ich will auch nur noch einmal betonen, wir schließen, oder ich kann das auch für mich als Person sagen, es ist überhaupt nichts auszuschließen, wenn es um Sicherheit von uns allen geht in diesem Staat. Also ich glaube, da gilt es immer, die Perspektive darauf zu haben, dass sich ein Staat auch gegen potenzielle Terroristinnen wehren können muss. Das steht absolut außer Frage. Frau Zerbes, Sie haben davor gesagt, die Debatten sind nach Möglichkeit zu trennen und da sind wir uns aber dann vielleicht nicht in allen Punkten einig, weil aus meiner Sicht die Debatten nicht zu 100% voneinander zu trennen sind, weil, wie die Frau Konzert vorher aus meiner Sicht sehr richtig ausgeführt hat, der technologische Stand würde bedeuten, in das Endgerät entsprechend einzudringen. Dementsprechend glaube ich, dass vor allem auch die Konsequenz einer solchen Spy-Software und das Missbrauchspotenzial, das ist natürlich immer da, da sind wir uns auch da, denke ich, alle einig, aber die mögliche Konsequenz einer Spy-Software auf meinem Endgerät, dass nicht nur dem österreichischen Nachrichtendienst, sondern auch, und ich betone das noch einmal, auch in internationaler Referenz, da sehr stark davor gewarnt wird, dass ausländische Geheimdienste hier geopolitische Spielchen damit betreiben, die kann man aus meiner Sicht nicht aus dieser Debatte herauslassen, weil dann sind wir nämlich genau wieder in dem Fall, den wir alle kritisieren, nämlich entlang von Einzelbeispielen, ohne das gesamte große Bild, hier Maßnahmen diskutieren. Das heißt, ich denke, vor allem diese Konsequenzen, die sind die, die man mitbedenken muss. Und wenn es hier Vorschläge gibt, die eben sicherstellen, dass auf der einen Seite nach Möglichkeit die Privatsphäre auch gewahrt wird und dieses Missbrauchspotenzial, wenn nicht ganz aufgehoben, aber zumindest so minimiert und unter demokratische Kontrolle gestellt wird, dass das vertretbar ist in dieser Abwägungsfrage, dann spricht aus meiner Sicht auch nichts dagegen, hier die Reformen auch anzupacken, die notwendig sind, um die Sicherheit auch weiterhin zu gewährleisten. Darf ich da nur ganz kurz einhacken, was natürlich dann auch aber ganz wichtig wäre, und das wird von dieser aktuellen Diskussion auch völlig überschattet, was könnte man denn abgesehen davon noch tun, um die Sicherheitsbehörden in das 21. Jahrhundert zu holen, also um sie aufzurüsten für die aktuellen Herausforderungen. Wir wissen, dass der österreichische Verfassungsschutz zum Beispiel besonders gut darin ist, in diesen geschlossenen Telegram-Gruppen sogenannte V-Leute einzuschleusen. Also die geben dann mit gedarmter Dschihadisten, mit einem Dschihadisten-Profil oder mit einem rechtsextremen Profil, gehen sie in diese Gruppen rein und versuchen da herauszufinden, wo die anderen Leute stehen, ob die etwas planen etc. Und zum Beispiel bräuchten diese V-Leute einen viel klareren gesetzlichen Rahmen, was sie tun dürfen, wenn sie in dieser Gruppe drinnen sind, in ihrer inkognito Identität als Dschihadist oder Rechtsextremer. Da fehlen aber klare gesetzliche Vorgaben, da wissen wir aber, dass es funktioniert, der ein mutmaßlicher Anschlag auf die Zürich-Breit zum Beispiel wurde offenbar vom österreichischen Geheimdienst, vom österreichischen Verfassungsschutz, genau mit solchen Methoden entdeckt, an die Schweizer Kollegen vermittelt, übermittelt und dann auch verhindert. Aber darüber sprechen wir nicht mehr, weil wir alle jetzt irgendwie auf dieses andere Thema aufgesprungen sind. Auf Twitter sagt Oliver Scheiber, ein prominenter Richter, sozialdemokratischer Publizist, er sagt, Überwachungsmaßnahmen, die für Terrorismus gedacht waren, die sind in Österreich eingesetzt worden, gegen Tierschützer, gegen Flüchtlinge, die eine Kirche besetzen, gegen Klimaschützer. Fehlt uns da, auch auf juristischer Ebene, Frau Dr. Zerbis, fehlen uns da klare Grenzen, wo es Dinge, die für Terrorbekämpfung vorgesehen sind, dann auch wirklich dort bleiben. Also jetzt einmal vielleicht zu dem, was Eva Konzert gesagt hat. Es gibt andere Methoden, die ja auch ziemlich vertrauensmissbrauchend sind, also verdeckte Ermittlungen. Ja, die gibt es. Allerdings nur zu einer sehr frühen Grenze, in dem Moment, wo eine konkrete Planung beginnt, das habe ich mir eindrücklich schildern lassen, ist auch für mich nachvollziehbar gewesen, ziehen sich die Betroffenen oder die Verdächtigen in eine ganz kleine Kommunikationsrunde, die eben nicht mehr öffentlich zugänglich ist, zurück. Also das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, ein Einstieg über so eine überverdeckte Ermittler, die sich in einen öffentlichen Kanal einklinken, auf jeden Fall gut. Aber dann, wenn man sozusagen konkret die Schwelle nicht verpassen will, wenn sich eine Gefahr konkretisiert und zuspitzt, zum Beispiel auf ein konkretes Konzert, um wieder zu dem Fall zurückzukommen, in dem Moment gehen die Leute aus der Gruppe hinaus und bleiben dann unter sich und nicht mehr öffentlich. Das ist mir so eindrücklich geschildert worden aus dem entsprechenden Polizeikreisen. Und das ist für mich nachvollziehbar und glaubwürdig. Ja, die Tendenz zum Missbrauch von Antiterrormaßnahmen, die es in Österreich gibt. Die gibt es. Das mit den Tierschützern, das ist sowieso, das ist ja völlig schiefgelaufen damals, die verdeckte Ermittlung. Das ist viel zu weitgehend und gegen die falschen Leute eingesetzt worden. Da bin ich völlig d'accord. Und wenn man jetzt an diese neue Überlegung denkt, also an diese Maßnahme, die wäre, so wie das jetzt vom Innenministerium entworfen ist, mit einem viel höheren Strafrahmen angesetzt. Also ein verfassungsgefährdender Angriff, der eine Straftat beinhaltet oder eine Straftatplanung beinhaltet, die mit zehn Jahren oder mehr Freiheitsstrafe bedroht ist. Also da muss man auch schauen, das wäre jetzt sozusagen für Klimakleber, Klimakleber machen sich sowieso nicht strafbar, aber für irgendwelche kleinen Gruppen oder auch großen Gruppen, die ungehorsam sind, die unbequem sind der Politik, wäre es jedenfalls nach der gesetzlichen Grundlage oder man müsste eine gesetzliche Grundlage finden, die wirklich hoch ansetzt. Mit hoch ansetzt meine ich, dass der Verdacht, der Gegenstand des Verdachtes eine schwere Straftat sein muss und zwar sogar eine gegen Leib und Leben gerichtete Straftat, würde ich jetzt zusammenfassend sagen. Ja, so dass eben Tierschützer und andere der Politik lästige Gruppierungen hiervon nicht erfasst sind. Und das stimmt, Missbrauch ist möglich bei jeder Polizeibefugnis und deswegen gehört die Polizei wirklich gut und durchgehend auch durch richterliche Vorabprüfungen kontrolliert. Eva Konzett, wie realistisch ist es, dass irgendetwas herauskommt, noch vor den Wahlen aus dieser Diskussion, jetzt oder wird das nicht automatisch dann in die nächste Legislaturperiode geschoben werden, weil eine Begutachtung einer so sensiblen Causa wird ja nicht innerhalb von wenigen Wochen abgeschlossen sein können. Zwei Dinge, ich gehe davon aus, dass wir kein Gesetz sehen bis zum Wahltermin Ende September. Du, Raimund, hast das angesprochen. Da geht es vor allem um Fristen, die es fast verunmöglichen, dass dieses Gesetz noch zustande kommt. Darüber hinaus sind sich ja auch die Koalitionspartner nicht ganz einig, das haben sie deutlich gemacht. Der zweite Punkt ist, es ist aber natürlich ein für den Wahlkampf sehr gut bewirtschaftbares Thema. Deshalb wird uns diese Frage bestimmt noch die kommenden vier Wochen intensiv begleiten, aber auf einer, ich sage es jetzt einmal, mobilisierenden Ebene und weniger auf der Frage, was dann wirklich gesetzt wird. Das wird eine neue Regierung, wie auch immer sie dann aussieht, nach den Wahlen aushandeln müssen. Und verfassungsrechtlich abklären. Danke für diese Insights. Vielen Dank an die Runde. Das war es zu diesem Nachwehen der versuchten Anschläge auf die Taylor Swift-Konzerte in Wien. Danke fürs Mitmachen online und im Podcaststudio. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören. Zu den aktuellen Kontroversen unserer Zeit, auch im Vorwahlkampf, im Wahlkampf, finden Sie immer Neues im Falter. Ich empfehle ein Abonnement des Falter. Alle Informationen über Abos, auch gratis Probeabos gibt es, finden Sie im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Clara Gottsauner. Wolf hat die Audio-Technik dieser Sendung unter Kontrolle. Ich bedanke mich. Bis zur nächsten Folge. Sie hörten das Falter-Radio, den Podcast mit Raimund Löw. Untertitelung des ZDF für funk, 2017